ja die juli und juli und juli und juli und juli und juli und herzlichen mit seiner weiteren folge soll kraft wie tropper zusammen mit marcus und foto der mieter und der vorgerannt ist wir gehen zur tippel tricky treat und die zern wo ist das lediglich alle da sind fangen wir an zur tippel schädigt so wir müssen erst wenn man anfangen davon finden wir sehen was Prozent lohn jasmin is now frozen in the time great in disney map konsumt was aber wer soll er ist es will joss die juli und seit marcus wenn wir auch in vork okay ich würde sagen wir setzen uns von politik hin weil es komplette haus verflucht angeblich ist ich denke hier ist irgendwo der job worden allein leipzig führt 1 0 von punkte setzen los geht ja heute würde ich sagen was ist mir geworden anstelle mein chef bei der baldmann sind und wenn das ist nicht an der andere ach du scheiße lauer aus okay ich würde sagen wir setzen uns von punkt an den manchef oder oben hin weit oben hin ob sie ja nicht unten nummer aber keine absicht voll der bieter die komischen darüber jörg hast kannst du eigentlich das so was das und überlebt im halben da da muss ich nicht hin da stirbt mal hihihi da auf fahrgäts sprung die wixer kann man nicht so ganz begriffen welchen weg man hier nehmen muss so den weg hier rum so jetzt setz ich mal meinen spawnpot hierher also ja wenn du wenn ihr es allerdings da unten macht sonst lässt jemand auch da unten hin ohne miss naja hier genau hier hier hätten jetzt macus glaube ich auch entnahmelde er name allein gleich komprikt nicht einfach ins knie pakets nein 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 gibt die gefräge friede 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 am arsch nein jetzt aber weil wir können uns gerade nicht umbringen wir boxen uns einfach hier ist noch secret secret jetzt ist du dort jetzt ist du dort fuck you bitches jawohl na was macht ihr das rücklose genutten ich will nicht was ich hab schon weiter nicht überlegt auf das ist ein echt jahre gewesen nein ich hab das überlegt wo muss ich jetzt hin erster mein chef ist echt erst so leute wo das ist und ich hab gefunden gefunden weg jetzt hier hin wo krass wo hier hin oder dahin und hier hin und dahin hier hin da er macht es viel zu kompliziert Jungs dahin nein ich bin unten und es sind ich bin echt unten aber wo muss ich jetzt hier hin in zu vier Blöcke über der Lavagrad als er hat sie dafür sich in der Scheißgenie Alta wirklich ein Scheißgenie Alta aber Friede Alta ja und es wo müssen wir hin erstmal halt irgendwo spinnnetze wo ja da wo ich weiß wo ich auch ich hab's gefunden alter ist meins aber hier ist nur back to hub wo gibt's hier überhaupt eine Trophäe in dem Level er muss es ja ich weiß sogar wo echt jetzt ja 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 hier ja auch Fakten nachher dr die der jetzt du musst den Level doch mal wer nicht gewinnt Jürgen soll kein Geld für Kürze 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 dieser Kürze und habe ich will auf die Lage ist es gibt Minus Abzug ist will ein foto eingeführt dass er immer jeden töten musste ja 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 ich kann schon das ist ein komischer komischer komisch hat und bittes da der dich na congratulations am markus bekommen den punkt auch wieder hier gewagt ja die du hast du kriegst du nicht okay ich kriege einen punkt 82 mutter kriegten punkt ich habe einen punkt da war ich den glaubt du hast nicht so bis gestorben sven hat einen punkt und es ist nach oder ein 1 8 doch nix nur verliert also sie erkenne ich nicht dann doch ich schon naja es hält in und jetzt was in der ender chest ist ja und ich mir zählt es trotzdem okay was du zählst du kannst eh nicht zählen ich 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 Bis zum nächsten Mal.